Wir fahren heute, weil das deutsche Team ausgeschieden ist. Jaaaaaaah! Wir haben heute einen ganz extrem berühmten Schnaps aus China. Wie riecht der? Scheiße. Wollt ihr Schnaps verkosten? Ich nicht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Das ist ein gutes Bild. Doch nicht. Warum kann man das? Ich bin nicht der Dauer. Ah, der ist der Tofu. Ah, nicht. Was dieser? Das muss ich sagen? Was der Tofu? Oder, oder? Die 2, 2, 5, 2, 1. Ganz auf. Daher, die Standard mei lie. Ja, das Kepord. Ich bin schlecht. Wir gehen zurück zu Deutschland. Wir haben heute die Zutaten der Wahl. Oh, wir sind nicht nachdem. Wir sind nicht nachdem. Das ist Chinas bekanntester Schnaps, Al-Guo-Tou. Das ist Baidio. Kennst du Baidio? Du bist aus Amerika? Ja. Das ist echt der National-Schnaps. Nur in China? Ja, in China. Das ist kein billiger Schnaps, wirklich ganz guter Schnaps. Ja? Du auch? Wenn es nichts kostet, ist es deutsch. Wie richtig? Scheiße. Scheiße. Wie findest du? Na, Spiritus irgendwie. Der riecht echt hart. Der riecht auch? Stark auf jeden Fall. Also man schmeckt wirklich viel Alkohol, aber es ist eine interessante Geschmackung. Das riecht gar nicht so stark. Ja, riecht ganz gut. Auf was trinken wir ein bisschen feiern heute? Auf dem neuen Auma zu trinken. Kommt im nächsten Januar. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Nein, wir fahren heute, weil das deutsche Team ausgeschieden ist. Ich riecht leider keinen Kranfuß raus. Aber heute ist es ein sehr spezieller Tag, also wir müssen für ein spezielles Event trinken. Hä? Vielleicht können wir für den Exit des deutschen Fußballteams trinken. In der Championship. Aber die Lauf. Ja, die Lauf. Die US ist der Land, ne? Die US ist der Land, ne? Ja, die US ist. Der Mann ist noch gebrochen von gestern. So ein Scheißer, ne? Ich hätte mir gewünscht, dass Spanien auch ausscheidet. Ja. Hey, wir haben heute eine kleine Südbeiräuse. Oh, ich bin nicht bereit. Warum? 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 Komm zurück, komm zurück. Okay, 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 okay. Ja, okay, okay. Ist lecker. Lecker? Ja. Echt, aber... Willst du noch einen? Echt, ich... Nee. Lecker. Willst du gut? Ja, aber ich bin schon guter. In den Kindern gibt es ein großes Sprichwort. Das heißt, ganz schön. Ich komme. Also, diese Beziehung machen wir alles einmal leer. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Uh. Oh, ja, der schmeckt gut. Ja, der ist lecker. Ist gut. Oh! Ja, ist okay. Klingt gut runter. Und stark. Ich muss sagen, ich habe schon besseren Schnaps getrunken, aber ein leckerer Schnaps. Noch einen? Nee. Nee, danke. Boah, das kribbelt im ganzen Körper. Alles gut? Erst mild, jetzt kommt ein bisschen Schärfe. Den nehmen wir jetzt rüber zu meinem Glühweinstand. Ja. Machen halt Schuss. Langsam, langsam, nichts verschütteln. Das ist feuer. Nichts verschütteln, das ist feuer. Einen weißen Glühwein, bitte. Damit starten wir durch. Mmh. Wahnsinn. Oh, doch. Sehr lecker.